Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem kurzen Bitcoin-Update-Video. Da sich nicht wirklich viel getan hat, werden wir das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich gar keins mache, aber so ein kleines können wir schon mal ganz kurz dazwischen schieben. Bitcoin momentan bei 29.200 US-Dollar tut sich wenig. Wir sind leider nicht mehr in den Short-Bereich gekommen, werden wir aber sehr wahrscheinlich trotzdem nochmal kommen. Werde ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen, bevor wir jedoch starten wie immer. Gerne dem Video schon mal ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne auch natürlich in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Und damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse, wie gesagt, momentan knapp bei 29.200 US-Dollar. Wir sind gestern nochmal hoch ins Golden Pocket reingekommen, haben aber hier oben diesen Short-Bereich, den ich mir eigentlich so ausgesetzt habe, hier oben die 29.6, 29.7 rum, leider nicht mehr erreicht. Deswegen, Golden Pocket war mir ein bisschen zu riskant. Ihr seht, sehr, sehr starke Volumen-Candles hier oben nochmal. Und dieser Short-Bereich hier oben um die 29.800 US-Dollar mit dieser Supply hätte ich gerne nochmal geholt. Sind wir nicht mehr reingekommen. Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass wir eben da nochmal hochkommen. Long-Position, die hier unten eröffnet wurde, ist jetzt ausgestoppt auf Stop-Loss Entry. Auch hier bin ich momentan nochmal überlegen, ob wir nochmal kurzfristig eine reinmachen. Kommt jetzt ganz stark auf die nächsten Stunden an, ob wir erst nochmal runtergehen Richtung 29.7. Und dann aber auch drüber schließen, äh, zwischen 28.7, sorry, und dann drüber schließen, dann ist es okay. Dann nochmal Long-Shores. Ansonsten werden wir zuerst nach oben gehen. Dann auf jeden Fall erstmal Short-Bereich. Und das ist weiterhin hier die Zone 29.700 bis ungefähr 29.800, 29.900. Auch mit einem Stop-Loss, um dann nochmal abverkauft zu werden. Also ich gehe fest davon aus, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen. Was mich gestern, äh, was ich gestern noch gepostet habe, die Zahlen aus den USA. Bruttoinlandsprodukt, die Prognose lag bei 1,8%. Wir haben aktuell 2,4%, also sehr, sehr starke Zahlen. Äh, Erstanträger Arbeitslosenhilfe, geringer ausgefallen. Auftragslage genauso, wie es im Endeffekt prognostiziert war, auch besser. Also es ist sehr, sehr krass, wie momentan, äh, in den USA einfach die Wirtschaft weiterhin läuft. Und das haben wir dann auch gestern an den Stockmärkten gesehen. Also wenn wir uns das mal ganz kurz in DAX anschauen. Short, ausgestoppt. Combat, krank nach oben hin geballert. Äh, Dow Jones, kurzer Abverkauf, aber immer noch sehr, sehr bullisch, meiner Meinung nach. SPX, auch nur leichter Abverkauf. Und, äh, ich hab's dann auch gestern mal ganz kurz in die Gruppen gestellt. Auch so Aktien, ne, Tesla und sowas teilweise 100% gemacht. Zwar gestern so leichte Abverkäufe, aber so richtig bearish ist das alles noch nicht, ne. Und deswegen rechne ich nochmal so mit dem letzten Schuss nochmal nach oben hin, bevor wir dann eben diesen Abverkauf sehen. Also ich bin hier weiterhin eher auf der Short-Seite derzeit. Long, wie gesagt, für mich persönlich erst, wenn wir hier nochmal runterkommen, Richtung 9, äh, zwischen 28,8, 28,7. Und, äh, ja, um dann nochmal den letzten Push so nach oben hinbekommen. Wir haben jetzt schon Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Sollten wir heute einfach Seitwärtsphase sehen, werde ich wahrscheinlich übers Wochenende auch erstmal gar kein, äh, gar kein Signal mehr geben, weil das Risiko mir einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch ist. Ihr wisst, Wochenende sehr, sehr viel Manipulation, tut sich wenig. Aber eben diese Chance hier oben in dieser 4-Stunden-Supply, in dieser 1-Stunden-Supply, die wir eben noch nicht abgeholt haben. Wir haben nur die Ineffizienz geholt. Aber in diesen Order-Block hier oben rein sind wir eben noch nicht gekommen. Und das ist für mich weiterhin hier oben so dieses Short-Szenario mit einem Entry ungefähr 29.722 rum. Und einen Stop-Loss müssten wir eigentlich fairerweise hier oben Richtung 30,1 ziehen, weil wir hier oben nochmal einen einigermaßen größeren Abverkauf hatten mit sehr, sehr viel Volumen. Also da müssen wir nochmal aufpassen. Aber das ist jetzt so grob mal das Setup, was ich so für die nächsten Stunden, Tage jetzt erstmal so ein bisschen im Kopf habe. Aber hier jetzt derzeit irgendwas zu eröffnen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Keine Bullish Divergence. Auf dem 4-Stunden-Time-Film hatten wir ein tieferes Tief, was zwar gleich wieder aufgekauft wurde, aber trotzdem nicht wirklich, äh, Bullish derzeit ist. Eine Short-Order, ähm, warte, mach ich mal ganz kurz weg, eine Short-Order in diesem Bereich hier. Bei 29.5 ist mir ehrlich gesagt auch zu wenig, weil wir dann hier den Wig noch abdecken müssten und auf jeden Fall die Supply, das ist mir einfach vom Risk her. Also wenn wir jetzt hier unten dann schon reingehen, hätten wir auf einen Schlag mal 2,4% Risk. Das ist einfach meiner Meinung nach viel, viel zu viel. Deswegen hoffe ich dann ehrlich gesagt eher darauf, wir kriegen den doppelten Boden, kommen hier nochmal kurz hoch, holen nochmal die Short-Orders hier oben ab, racken die und gehen dann nochmal runter Richtung, für mich weiterhin das Ziel, 27.500 US-Dollar. Mehr brauchen wir derzeit einfach nicht sagen. nochmal ein ganz kurzer Blick auf den DXY, der sich auch gestern noch weiter nach oben geschürft hat. Wir haben hier noch, äh, das Ziel ungefähr, das Golden Pocket, also auch das könnte heute noch interessant werden, meiner Meinung nach. Daraufhin natürlich auch der Euro deutlich unter Druck geraten. Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Und, ja, ansonsten gibt es derzeit einfach wenig zu sagen, nur ein ganz kurzes Update. Ähm, später kommt trotzdem noch ein XRP-Update, heute Mittag. Und, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann zum XRP-Update-Video wieder. Ansonsten startet gut in den Freitag, beziehungsweise einen guten Start schon mal in das Wochenende. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crippled.